Ostersonntag ist der Tag von Jesus' Auferstehung. Oh Mann, der hat sich bestimmt gefreut nach Hause zu kommen. Guess who's back, Schatz? Ah! Heilige Maria! Oh, Babe! Jesus! Ich schwöre, ich schwöre, ich dachte, du bist tot! Yo, ich war nur Kippen holen! Ey, mit denen? Hey, hey, hey! Bro, chill! Mike, ab sofort hab ich nur noch zwölf Homies! Warte, 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 warte! Ich brauch den Pennerwein! Bro!